Müssen wir jetzt zum Händler? Na, so muss ich ja mich auslärmen. Ach, ich dachte, du bist schon fertig. Naja, komm, ich muss das halt dummes Vieh an. Auch noch eine Mod für das Vieh. Der Drohne. Äh... Diesen Eisenbrecher-Mod? Verkaufen oder...? Ich glaube, ich habe einen schon auf der... Bunkerknacker habe ich auf der... Das ist ein Eisenbrecher-Mod. Was ist denn das? Äh, das ist... Ja, ich tue es mal ins Auto, muss dann mal gucken. Dann lasse ich es erstmal noch, weil ich tue mir gerade das rauspicken, was man noch zum Verkaufen nehmen kann. Aber kannst dir vorstellen, meine Schüssel ist trotzdem bald leer. Meine ist leer. Was ist das? Ah, die waren lecker. Was sind lecker? So... Alles! 15 Händler. Hm. Zwei abgeben, zwei mitnehmen. Ja. Zwei abgeben, zwei mitnehmen. Zwei abgeben, zwei mitnehmen. Ja, ich bin einfach gar nicht fertig mit... In dieser Stufe. Wo hast du bloß du fertig gewesen? Oho. Ich weiß wohl nicht warum, aber... Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich hätte mir vielleicht die letzte Folge angucken sollen. Ich dachte, das war so. Dadurch hast du ja die Drohne gekriegt. Stimmt. Und bei mir kam aber nichts von wegen abgeschließt. Na mal sehen, da muss es ja rein theoretisch jetzt mitkommen. Ja, ich verstehe selbstverständlich warum. Es wäre vielleicht schön, noch ein zweites Auto zu haben, bevor wir dorthin gondeln. Von den anderen Handlern. Und ein Händler fehlt uns ja sogar noch. Das Maulvieh. Das da der Maulsack, genau. Ja. 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 Daissa! Ja. 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 was trinken essen alles rotze nagelpistole level 5 raketen in der machete schrotflintenbauplan also schrotflinten enten schnabelbauplan und kunststoff sehne mod m60 maschinengewehr du für fünf wäre vielleicht was für dich das ist nicht schlecht nehme ich das mit eine kettenstärke stufe fünf das ist auch nicht schlecht ich habe noch jetzt habe ich das auch automatische schrotflinte automatische schrotflinte habe ich auf jeden fall auch schon du für sechs wenn du wasser ich es dem nahrkampf mit paket 3 missionsfertigung paket oder schrotflinten geschützt um ok jetzt bin ich nicht fertig mit den seiner stufe fünf hast du jetzt hier noch nicht was mitgenommen ja noch nicht das ist doch klar ja die eine chance doch gleich um die ecke finden wir ja machen da fahren wir nicht so viel hin und her und weg ist das gleiche aber wie gesagt was nehme ich jetzt mit dafür das kann ich nicht sagen das muss das aber entscheiden so mein junger was hast du denn hier schönes soll ich eine aufgabe mitnehmen nein ach so du bist drinnen ja ja maybe next time survivor so so go 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 so 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 und so Ich glaub schon mal nach Hause. So, ein Pisswetter. So, ein Pisswetter. Und uns fehlt dann noch das Vorwerk, Ewa. Mhm. Ich nicht. Spiele die González! Ich auflade, ich auflade, ich auflade, ich auflade, ich auf Ausdauer. Ich bin der schnellste Mann, nee Frau, diesen Planeten. Ich bin der Schoen. Und ich bin der Schoen. So und nach Hause. Jetzt sind wir fast gleichzeitig da, ich höre dich nämlich. Trotzdem erster. Hättest du den Boost genutzt, wäre es schneller gewesen. Aber dass du den Boost genutzt hast. Ich fahre ja auch zu Fuß. Das ist was anderes. Ja, ja. Ja. So, lasst mal ausräumen jetzt. Das ist noch mehr Zeug, was wir bei Handler verkaufen können. Ja, das müssen wir dann, der Entlock ist da und da ist noch ein bisschen was davon. Obersch hatte ich auch keine Ausräummöglichkeit für eine Drohner. Achso, das hat auch nichts. Oh, nichts. Oh, nichts. Was hat was? Wir die Farbe. Die, äh... Das Maschinengewehr tue ich bei Waffen mit rein. Ja. 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 Hey, Munition ist gut langsam fülle. Na dann müssen wir das mal umbauen. Hm. Zumindest die 7,26. Guck mal, ist schon ganz schön, ganz schön schön viel. Hm. Ne, das war eine Mord. Das war eine Mord. Das war eine Mord. Was ist denn jetzt? Was? Mord. Ja. Das war eine Mord. Das war eine Mord. Päckchen, Ursula? Wir haben die Mord. Das war eine blood zu jederpo ф PAL. Was haben wir für die Wirk perhaps recommendations? Das war eine Mord. Das war eine Mord mehr amper. Der Summe ist nicht so gut. Wie liebvocht hat am cuerpo hier? Das Martin hat WE zeigen. Das war ein gut, weil ich links auf den 200 Seiten entdeckt herum. Hier ist mir jetzt ein Zeigster. Ne, Werkzeuge, Quatsch. Warum? Das ist dort noch ein, da kann ich... Plastik. Noch ein, Leder, Stoffe. Das kann ich auch noch mit rein, Matschehirn kommt da noch mit rein. Oh. Ne, hier rein. Jetzt haben wir's gleich. Jetzt haben wir's. Um Gottes Willen. Was denn? Wir brauchen bald eine Kiste nur für Geld. Ja. Haben mir ein bisschen was angehäuft. Ja. Ich merke das. Mir kann... Doch. So, jetzt muss ich mal hier ins... Ist schon eine Brünne? Hier könnte man noch Brünnen kommen. Hier könnte man ja nicht rein. Das könnte man gleich essen eigentlich. Äh, Feuer... Mittelgroße Feuerwaffen. Was sind denn mittelgroße Feuerwaffen? Hm. Okay, neul. Das dräuchte, wie ich's auch machen. Maschinen, genau. Ah. Äh. Erhöhtes Magazin Kapazitäten für Pumpguns. Aha. 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 Hm. Ist auch noch mit. Was haben wir noch? Ich mache immer die Streuung. Das brauche ich nicht. Also die Waffenhandhabung bei der Bewegung oder beim Schießen aus der Hüfte. Weil die Waffe im Nahkampf umgegangen ist. So, es kommt doch hier drauf. Nee. Doch. Nee. Doch. Auch nicht. Welche Waffe kommt denn das da? Einer Ordnung. Oh. Ja, ja. Alles gut. So. Was kannst du denn? Könnte ich mir ja Maxi mal für die Schrautflinte vorstellen. Angriff. Oh Mist. Jetzt habe ich schon mal. Die haben wir gerade gesteckt. So. Okay. Okay. Hoppa. Hier kommt die drauf, okay? Ja, ich kann ja jetzt auch rennen. Und eigentlich... Na gut. Achja, ich habe hier noch ein Buch. Die tue ich hier rein. Und die tue ich auch hier rein. Und... Jetzt habe ich natürlich voller... Die Waffe zusammengebaut. Und gleich vergessen, was ich noch machen muss. Oh... Ihre? Nee. Nee. Okay. Auto leer? Ja. Achso, okay. Okay. Wie? Machen wir denn... Hä? Äh... Wo soll ich denn die reintun? Äh... Hier... Hier... Ja... Tu sie irgendwo rein. Egal. Wo hast du die Bücher reingetan? In die Händlerkiste. Ja... Dann kann ich schon gleich halten. So... So, das kann man klein mitnehmen. Wenn man dann zu da... Ja... Was wolltest du? Hm... In den Putzen machen. Komm, wir tun. Ich würde bloß schnell mal gucken. Wegen die Mischerei schon wieder. Hm. Hier haben wir Zement. Hier haben wir... Und hier haben wir Stein. Hier haben wir... 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 Ja, dann lock dich schon mal aus. Lock dich. Das mach bloß noch schnell hier. Ah... Hm. Das reicht. Ja.